Willkommen zur 17. Folge von Wurms 2 Armageddon, dem vierten Versuch, Mission 26 zu schaffen. Ich sage zwar vierter Versuch, aber ich lade hier nicht jeden Versuch einzeln hoch. Das ist sowieso immer doof, jedes Mal den selben Scheiß zu sehen. Und jetzt habe ich es leider schon weggemacht. Ach man, es ist scheißegal, was da jetzt Stand jetzt geht um die Scheiß Mission hier. Dass die Gegner zahlreich erschienen sind und dass man diese Herausforderung hoffentlich besteht. So, so war sie in etwa, er stand gerade da. Jedes Mal derselbe Scheiß. Auch diesmal hat er sich auch noch hier verbrannt. Toll. Das hatte ich noch gar nicht. Bunkerbombe. Wie will ich denn jetzt mal hier... Komm, du stehst hier am höchsten. Und auf dem Ding steht er eigentlich auch recht gut. Ich kann gerade überhaupt nicht klar denken, was das Spiel jetzt gerade angeht. Ich kann gerade überhaupt nicht klar denken, was das Spiel jetzt gerade angeht. Ich kann jetzt erstmal hier eine Mine auswählen. Ich nehme eine Mine hinschmeißen und wieder zurück. So, dann haben wir schon mal den ersten Wurm erledigt. Willkommen zu der Cheese-Haus. Der geht zurück auf seine alte Position. Der Cheese! Triff doch mal irgendjemanden von deinen. Öde! Bitte kommen, großer Vogel! Toll. Komm in die Gänge! еждiv!? G streams für Collectiments, ich hätte auch nicht hier beingfeift... B A B A B A A B E O R E A B E R E A N E A B E E S A B E A B E B E D , die werden sich gleich eine Granate da reinschmeißen, wenn ich die so richtig kenne jetzt. Spiegel muss das immer besser als Ziti, mehr Ak shake-Be dr toll ja 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 der hat sich fast eliminiert hat es den gerade nicht jürgen oder so ok daneben nicht auf den griff wo kann ich den mal hinschicken schießt er einfach da rein aber der ist auch tot jawohl genau wie all seine anderen kollegen war klar war so was von klar oh nee er steht immer noch im weg sonst könnte ich hier cool ja wieder zwei mit einmal so schimmelig ist auch so gut wie tut dann haben wir noch zwei andere würme schön wäre es wenn die zwei auch irgendwie mit an einer stelle will 3 ok den oben habe ich hier gerade nicht ganz so mitgekriegt der der sich in einem loch versteckt ja komm 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 los 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 nein mann was für eine scheiß rakete das nächste mal schieße ich hier voll nach oben damit ich die rakete hier auch richtig einstellen kann natürlich jetzt stehen alle drei würmer da ne was war das denn was war scheiße jetzt habe ich so eine scheiß wut nein nein mann so dumm natürlich ich komme ich auch auf den gedanken nochmal schnell auf x zu drücken damit ich schnell wegfliegen kann so ein dummer gedanke ja komm 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 ja danke tut mir schon fast leid dich jetzt umzubringen ich habe keinen jetpack mehr und war das jetzt 50 oder so ja 59 klasse wunderbar hätte ich das auch mal wieder geschafft du hast kein partner 26 geschafft klasse gut dann soll es das mit folge 17 gewesen sein und in der nächsten folge kampagen mission 27 ich hoffe wir sehen uns bis denne bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.